Hallo Freunde, FreeClear von MagicBlocks.de. Wir schauen uns das neue Sultai Commander Deck aus Outlaws of Thunder Junction an. Das ist Gonti. Steal Cards Generate Mana. Ich zeige euch mal, wie das Deck aufgebaut ist und ich zeige euch auch, was ich dabei upgraden werde. Es gibt so ein paar oder einige Karten, die nicht zu so einem Thema passen. Man hat so random Reprints drin, die zwar nett sind, aber die einen irgendwie nicht weiterbringen, wie das Mimeo Blasem oder so. Und auch der neue Zweit Commander da drin. Mal schauen. Weißt du, wir haben hier das Deck. Der neue Zweit Commander, der ist ja ein Panharmonikum für Combat Triggered Abilities oder sowas. Der passt halt eigentlich auch nicht so richtig in das Deck rein. Okay, dann haben wir hier diese Deckbox. Die könnt ihr so, wie es ist, wahrscheinlich gleich wegschmeißen. Ich habe die hier im Regal für die Decks, die ich nie spiele und nur mal ausgepackt habe. Dafür sind die okay, aber naja, mit dem fangt da wirklich nichts an. Dann habt ihr noch so einen Live Counter, wo ich niemanden kenne, der den benutzt. Also das ist eigentlich ziemlich viel Müll, wenn wir ehrlich sind. Dann haben wir hier noch so ein Collector Booster Sample Pack. Das machen wir mal gleich auf. Das ist eigentlich schon, dass das Collector Booster Sample heißt. Da sind halt zwei Karten drin. Das sind normalerweise. Schauen wir mal. Oh, Breaches. Foil Breaches, The Blast Maker und Heartless Pillage. Diesen Alternate Artworks. Dann ist hier das Deck. Schauen, wo es aufgeht. Sonst müssen wir es kurz aufschneiden oder mit Gewalt. Es wird sich dann sonst mit Gewalt aufgemacht. Hilft ja nichts. Und dann kann ich euch vorne gleich mal den Face Commander zeigen. Den finde ich natürlich ultra geil. Das ist ja auch der Grund, warum er sich das Deck kauft. Und zwar ist das der neue Gonti. Spells you cast but don't own. Cost one less. Also alles, was er von euren Opponents castet. Whenever one or more creatures you control deal combat damage to your player, look at the top card of that player's library. Then exile it face down. You may play that card. Also play. Nicht nur cast. Play. Auch die Länder. For as long as it remained exiled and mana of any type can be spent to cast a spell. Super cool. Da kann man auch so ein Evasion Deck machen. Dann haben wir hier noch Felix Five Boots. Das ist der, den ich gemeint habe. But if a creature you control deal combat damage to your player causes a triggered ability of a permanent you control the trigger. Also wenn der quasi draußen ist und wir hauen mit irgendwas. Triggered Gonti zweimal. Dann haben wir hier, ja, weiß auch nicht, was das soll. Dann haben wir hier Tokens. Board Tokens finde ich cool. Eldrassi Science. Bounties. Das sind ja diese neuen, wo man quasi Bounty ins Spiel bringen kann. Hinten drauf sind noch Treasure, Manifest. Das sind eigentlich alle Tokens, die man braucht. Das finde ich schön. Und dann das Deck. Skydiver. Neue Karte. Sage of the Beyond. Ghostly Pilferer ist eine alte in Reprint. Genauso wie das Primordial. Stolen Goods. Ich mach das mal so. Das ist eigentlich auch ganz cool. Da bin ich gespannt. Ghost of the Swine. Okay. Dazzling Sphinx. Shield. Genau. Auch eine coole Karte. Eine neue. Arcaen Heist. Mit Cypher. Auf die bin ich wirklich gespannt. Das ist auch eine neue Karte. Genauso wie der Spellchecker. Mein Stylation ist ein Reprint. Gonti OG ist ein Reprint. Predator's Hour ist neu. Until end of turn. Creatures you control against menace. And whenever this creature is committed to the player. Excite the top card of the player's library face down. Cool. Brainsteader Dragon. Auch ein sehr, sehr cooler Reprint. Der war relativ teuer. Das habe ich neulich erst entdeckt. Und habe schon ein Playside hier liegen. Und auch schon verbaut. Super geile Karte. Das Amalgam. Hm. Weiß ich auch nicht. Also man manifestet halt von Gegnern. Kann man schon machen. Kann man machen. Gibt ein bisschen Life. Weil man wird wahrscheinlich Hass ziehen. Soul Reaver finde ich eine coole Karte. Der macht quasi was ähnliches. Aber der hat einen Njutsu. Den finde ich auch geil. Death Touch Lifeling. Zwei Einser. Der Mana macht. Und quasi Spells, die man nicht ohne bezahlt. Mega. Und dann Heartless Conscription. Sehr coole. Sehr cooler Board Vibe. Nashi. Relativ neuer Reprint. Bale for Mastery. Bale for Mastery. Frost Fang. Ist auch cool. Damit wir einen Death Touch geben. Dann können wir was von Graveyard Exilen. Den finde ich auch relativ cool. Den finde ich auch relativ cool. Den macht alles günstiger. Dann haben wir Rebrandt. Dann haben wir Rebrandt. Geile Karte. Wissen, was in so ein Deck kommt. Das ist super cool. Die ich einfach upgraden werde. Einfach wenn ich die Karten habe. Dann haben wir so Zeug, das Evasion hat. Da kann man auch Sachen mit Evasion spielen, die einfach besser sind als nur Can't Be Blocked. Da gibt es Voidwalker und was weiß ich. Das seht ihr dann. Verleroge finde ich eine coole Karte. Shorstalker, ja. Dann haben wir einen Feed the Swarm drin. Da kann man besseres Removals spielen. Ledgewalker kann man auf jeden Fall austauschen. Rampant Growth ist gut. Kondama's Reach ist gut. Void Attendant. Ja, naja. Weiß ich nicht. Macht halt Mana, wenn wir was Exiled haben und das dann. Also das ist auch so ein Cut, denke ich. Three Visits ist ein super Reprint. Putrify gehört immer dazu. Predator finde ich eine super, also geile, geile Karte für jedes Deck eigentlich, aber ja, macht nicht so richtig was. Dock, sehr gut. Arkane Signet, natürlich. Darksteel Ingot kommt direkt raus. Felwar Stone ist bei mir auch immer drin. Brismatic Lens hat in dem Deck nichts verloren. Und einen neuen Soul Ring, der sieht ganz cool aus. Der wird bei mir aber ersetzt, wahrscheinlich durch einen Deutsch Unlimited. Und dann Command Tower, Relic Query Tower ist noch drin. Dann habt ihr Access Tunnel, quasi was Unblockbar machen, noch ein Aqueduct. Und dann habt ihr Basics. Das heißt, die Mana Basis könnt ihr auf jeden Fall ändern. Das würde ich auch machen. Und dann zeige ich euch einfach, wie ich das Deck umbauen würde. Was ich ersetze. Mana Basis, wie gesagt, das ist eure Sache. Die könnt ihr lassen oder umändern, wie ihr wollt. Das kann ich euch zeigen, wie ich das spiele. Das müsst ihr nicht. Also man kann das aus der Box erspielen. Ist halt verbesserungsfähig, sage ich mal so. Aber es funktioniert. Nur die anderen Karten, das ist ja das, was eigentlich das Deck so ein bisschen mehr ausmacht. Was wollen wir rein? Auf welches, auf was wollen wir gehen? Und das zeige ich euch gleich, was ich da reinbaue. Okay, Freunde, ich habe abgegradet. Ein bisschen mehr, weil das Deck ziemlich cool ist. Ich habe auch, das zeige ich euch nicht, die Rahmen ersetzt. Ich habe quasi Karten, die ich schon habe, in cooleren Varianten oder im alten Rahmen natürlich eingesetzt. Ich habe meinen Ramp ein bisschen geändert. Ich habe hier ein Land raus. Ihr seht ihr gleich, warum. Kondamath Reach, Ramp and Growth, den hier, Darksteam Inknut, Prismatic Lens. Einfach, weil ich die hier lieber spiele. Das Lorien Reveal und dann ein Farseek, Nature's Law. Dann den Halfling finde ich cool. Birds of Paradise und natürlich mein Fall Deathrite. Die müssen rein. Das heißt, die hier sind raus für anderen Ramp. Das könnte aber machen, wie ihr lustig seid, um ehrlich zu sein. Und dann habe ich so ein größeres Paket. Die Karten, die nicht so viel machen, habe ich mal raus. Die von anders Deck werden, wie zum Fistboots oder Mimio Blasen. Dieses Reanimate beim Gegner Friedhof. Da habe ich einfach ein anderes Deck. Also ich spiele ja auch, ich habe mir den Mothman, den Weiß Mothman auch geholt neulich. Und da sind die Karten besser, weil ich die Gegner mille und dann auch da reanimieren kann. Deswegen spiele ich die in diesem Deck hier nicht. Könnte aber natürlich drin lassen. Etric, ich bin in eine andere Richtung gegangen. Ich habe mein Removal ein bisschen verändert. Ukima finde ich nicht so toll. Den finde ich im Casual fürchtbar. Genau, Cars One ist einfach zu schwach. Genau wie der. Fitter Swarm, Curse of the Swine. Ich spiele lieber anderes Removal. Das mehr trifft. Casual, dann diese Unblockbaren habe ich raus. Whirlwind, Whirl Rogue finde ich ja nicht cool, aber synergiert auch nur, weil er Unblockbar gibt. Sonst eher nicht so. Slither Blade und die Lashwalker. Da habe ich einfach andere Sachen, die angreifen. Also ich gehe weg von diesem Evasive Gedöns und habe mir Kreaturen reingebaut, wo einfach Can't be Block draufsteht. Die Sage finde ich Globo und ich habe nochmal Globo Spells rein. Nochmal anderes Removal und den Frostfang habe ich auch raus. Weil ich glaube, wir brauchen auch nicht so übertrieben Card Draw. Wir spielen ja mit den Gegnern Karten. Ich spiele einen Dämonic Tutor, das ist mein einziger Tutor. Dann habe ich noch einen Damnation rein. Cyclonic Rift. Und noch zwei Counter mit Mana Train und Fierce Guardian Chip, um ein bisschen mein Zeug zu beschützen. Die Heroic Intervention. Und dann habe ich drin Ashiok, Nightmare Weaver. Ich habe jetzt Tasha drin, die ich schon lange mal spielen wollte, die uns immer 3-3 Dämonen macht. Ancient of Threatry natürlich. Intellect Devourer. Insgesamt gibt es von den Effekten in Sultai unendlich. Deswegen habe ich so ein bisschen auch viele rauslassen müssen. Spelldancer ist drin, der kann nicht geblockt werden. Preach the Multiverse finde ich einen coolen Finisher. Ich habe einen Oppo Agent drin. Velva Hass ziehen Wörtern. Habe ich noch einen No Mercy zusätzlich als Enchantment, damit wir hoffentlich nicht so viel angegriffen werden. Ich habe Tiny Bounce aus dem neuen Set rein. Den finde ich klasse für dieses Deck. Krima ist drin. Ich habe noch einen Shadowspear, damit ich ein bisschen Leben kriege. Und ich habe als Unblockbar noch einen Doughty Voidwalker drin, der gleichzeitig auch quasi Spells meiner Gegner spielt. Removal ist noch ein Deadly Runic, eine Assassin's Trophy und das Entzwei-Reißen. Und das war's. Das sind quasi schon die Änderungen. Dann habe ich euch gezeigt, für die, die es interessiert. Ihr könnt die Mana-Basis lassen, wie ihr wollt. Ich weiß, da gibt es ja viele, die sich dann immer auf den Schlips getreten fühlen, wenn jemand eine vernünftige Mana-Basis hat. Deswegen macht das, wie ihr wollt. Ich spiele einfach eine richtige Mana-Basis. Meiner Meinung nach eine richtige. Ich habe zwei Creature Lanes drin. Ich habe diese Check Lanes oder wie man die nennt. Ich habe die neun Scry Lanes drin, beziehungsweise Surveil Lanes, die finde ich super. Die drei Channel Lanes, eine Saga, die findet mir im Sol Ring und mein Shadowspear. Und Wollraths Stronghold habe ich drin, das mir eine Kreatur zurückholt. Command Tower Reflecting Pool. Und dann, jo, Shock Lander, die Duels. Da hat sich gerade das Tropical hier vorne versteckt. Und dann noch Fetch Lander. Und das war's. Das ist die Mana-Basis. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf, das Deck zu spielen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, welche Karte ich unbedingt noch reinpacken muss. Ich habe vieles vom Precon drin gelassen, einfach um es zu testen. Aber vielleicht habt ihr eine Karte, die unbedingt rein muss. Gebt mir Bescheid und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.